Hallo, mein Name ist Guljan Kams und ich unterstütze Geh Deinen Weg, weil das auch schon immer mein Lebensmotto war. Und ich denke, wenn Sie Ihr Herz öffnen und anderen Menschen ab und an mal ein Lächeln schenken, dann bekommen Sie das auf jeden Fall zurück und öffnen auch die Herzen der anderen Menschen.